Der folgende Film zeigt Ihnen, welches Potenzial landwirtschaftliche Trocknungsbetriebe zur Energieeinsparung besitzen. Notwendige Modernisierungsmassnahmen werden beschrieben und die Vorteile des intelligenten Trocknens werden verdeutlicht. Die Agrarpolitik der Schweiz hat sich in den letzten 15 Jahren stark verändert. Bis zu Beginn der 90er Jahre war die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln das erklärte Hauptziel. Durch Modernisierung hat sich die Schweizer Landwirtschaft erfolgreich auf den Markt und die Konsumenten ausrichten können. Sie trägt weiterhin zur sicheren Versorgung der Bevölkerung bei. Darüber hinaus übernimmt sie wichtige Funktionen in Umweltschutz, Ökologie und Landschaftspflege und bewahrt somit die Lebensqualität im ländlichen Raum. Die Herausforderungen der Landwirtschaft für die nächsten Jahrzehnte liegen in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Multifunktionalität. Diesen Herausforderungen müssen sich auch landwirtschaftliche Trocknungsanlagen stellen. In der Schweiz gibt es rund 70 Trocknungsanlagen, in denen Trockenfuttermittel für die Viehhaltung produziert werden. Die dezentralen Anlagen zerkleinern, trocknen und pelletieren regional erzeugte pflanzliche Rohstoffe und pressen sie zu Futterpellets. Die Trocknungsprozesse sind sehr energie- und damit auch kostenintensiv. Als Energieträger für die Wärmeerzeugung dient entweder Heizöl oder Erdgas. Der Preis für Rohöl und Erdgas ist jüngst stark angestiegen, sodass sich im Zuge dessen auch die Preise der Energieträger zur Wärmeproduktion stark verteuerten. Diese Preisentwicklung setzt die Trocknungsanlagenbetreiber unter starken finanziellen Druck. Können wir auf den Trocknungsprozess verzichten? Nein, denn landwirtschaftliche Qualitätserzeugnisse der Schweiz benötigen das Trockenfuttermittel. So werden Produkte wie zum Beispiel der Original Emmentaler Käse und der Schweizer Bergkäse ausschliesslich aus silofreier Heumilch hergestellt. Sollte diese Qualitätsmilch nicht mehr verfügbar sein oder nur noch mit hohen Futtermittelkosten produziert werden können, so würden Heumilchprodukte vom Markt verschwinden. Ein Umrüsten der Anlage von Heizöl zu Erdgas bringt nur eine zeitweise finanzielle Entlastung. Um die Betreiber nachhaltig zu entlasten und somit die Schweizer Landwirtschaft langfristig zu stärken, liegt die Lösung des Problems in der Steigerung der Energieeffizienz. Die Trocknungsanlagen müssen schlichtweg weniger Energie pro produzierter Futtermittelmenge verbrauchen, um marktfähig zu bleiben. Mit der Entwicklung einer verbesserten Trocknungsanlage haben sich Meinard Ruckstuhl, Inhaber und Geschäftsführer der Trocknungsanlage Zell und der ortsansässige Gewerbebetrieb von Markus Studer, Studer Maschinenbau AG, befasst. Gemeinsam mit starken Projektpartnern entwickelten und erforschten die beiden Pioniere die Umrüstung einer herkömmlichen Trocknungsanlage. Kerntechnologie der verbesserten Anlage ist eine Presse der Firma Trumag. Trumag stellt sogenannte Schneckenpressen für industrielle Zwecke her. Mit Hilfe dieser Schneckenpresse wurde der feuchte Gehalt des zu trocknenden Materials vor dem Trocknungsprozess gesenkt. Der Ruckstuhl Meinrad ist zu mir gekommen und hat gesagt, er will die effizienter Gras trocknen. Dann haben wir auf dem Markt herumgeschaut, was es rum hat und alle haben uns gewarnt davor, dass das schwierig ist und dass das nicht gelingen wird. Das ist immer ein Anzeichen für mich, dass ich erst recht reingehe und das löse. Die grösste Herausforderung war es, unsere Pressen so anzupassen, dass sie Gras- und Maishäcksel schonend auspressen und die Struktur des Futters bei geringstem Nährstoffverlust erhalten bleibt. Wir von der Energieagentur der Wirtschaft stehen für wirtschaftlichen Klimaschutz und für Energieeffizienz. Als Dienstleistungsplattform unterstützen wir Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsunternehmen beim Erreichen von ihren Klimazielen und der Verbesserung der Energieeffizienz. Das Institut für Ecoprennership konnte gemeinsam mit der ENAW die hohen Energieeinsparungspotenziale der Anlage bestätigen. Der aktuelle Energieverbrauch der Branche liegt bei 3 bis 3,5 Megawattstunden pro Tonne Trockenfuttermittel. Das energetische Ziel liegt jedoch bei 2,9 Megawattstunden pro Tonne. Mit der Pressung erreicht die Trocknungsanlage Zell einen Energieverbrauch von nur noch 2 Megawattstunden pro Tonne und liegt somit bei fast 1 Megawattstunde pro Tonne unter den Zielanforderungen. Seitdem wir die Anlage installiert haben, wurde die Energieeffizienz erhöht. Wir sparen 20 bis 25% Prozessenergie ein. Die Presse hat sich inzwischen längst amortisiert. Sie ist in ihrer Art eine Rückversichterung für schlechtes Wetter. Feuchtes Häckselgut pressen wir vor. Wenn das Trockengut richtig vorgetrocknet ist, können wir auch die Presse ausschalten. Die grösste Herausforderung war, unsere Pressen so anzupassen, dass sie Gras- und Maishäcksel schonend auspressen, aber die Struktur des Futters erhalten bleibt. Der Fortschritt gab den Forschern jedoch weitere Denkaufgaben. Denn beim Pressen des Trocknungsguts tritt Presssaft aus, der neben Wasser auch noch einige Nährstoffe enthält. Daher stellten die Wissenschaftler sich die Fragen, wie hoch ist der Nährstoffverlust, kann die Qualität des Futtermittels gewährleistet werden und wenn ja, was passiert mit diesem Presssaft. Das Futtermittel haben wir in Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt L'Ive-Fell-Posue untersucht. Nun die Fakten. Investitionskosten 250'000 Franken, Verkürzung der Durchlaufzeit um 25% oder ca. 15 Minuten, Temperaturreduktion von 100 auf 90 Grad mit Minimierung der Gefahr der Schadstoffbildung von z.B. Acrylamid, Reduktion der Primärenergie, also z.B. Heizöl, bis zu 25% Energieeffizienzgewinn von ca. 260 auf 190 Liter Heizöl pro Normtonne Trockengut, Reduktion der Treibhausgasemission um ca. 240 Tonnen CO2 pro Jahr und eine Amortisierung innerhalb von drei Jahren. Darüber hinaus führt die Technologie zur Klimaunabhängigkeit, schafft Sicherheit, Prozessstabilität und garantiert Qualität, sodass Sie, geschätzte Trocknungsanlagenbetreiber, auch noch in den nächsten Generationen, Qualitätstrockenfuttermittel herstellen können. Erhöhen Sie Ihre Produktivität, modernisieren Sie Ihren Trocknungsprozess, steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit, trocknen Sie energieeffizient.